Musik Ja und damit recht herzlich willkommen hier mit mir, dem Oro bei Chaos oder Minecraft. Ich würde ja Chaos bezeichnen. Ich bin mal wieder ein bisschen alleine auf dem Zorro unterwegs. Gott sei Dank, sonst hätte ich hier schon längst graue Haare. Und wir werden uns mal jetzt hier runter arbeiten und das Ganze beleuchten. Damit wir endlich mal da unten ein bisschen sicher, safety, wie auch immer, geschützt. Das Eisen kann ich ja nicht liegen lassen, das wäre schlecht. Naja, wir wollen uns jetzt... Was haben wir da? Zombie und ein Creeper. Creeper und Zombie ist jetzt nichts tragisch Schlimmes. Okay, noch eine Ebene runterarbeiten. Hopp, hopp, hopp. Was sagt die Spitzhacke? Können theoretisch mal kurz tauschen zu der Holzspitzhacke, um Material zu schonen. Ich müsste mir nur ein neuer Eisenspitzhacke mal basteln. Das wäre vielleicht doch mal ganz intelligent. So, jetzt wirst du immer zusammen geschlagen. Zombie. Wo ist die Turtle? Wo ist der Turtle? Wo ist der Turtle? Da ist der Turtle. Sehr gut. Und ja. Weg nach oben ist gesichert. Ich mach das mal zu dem Sicherheitsfanatiker zur Liebe. Mir. Das möchte ich hierzu erwähnen. So, jetzt dürfte hier hoffentlich nichts mehr spawnen. Und da unten haben wir auch schon Lava und die nächste Ebene. Sehr schön. Und was und dacken da meine hübschen Äuglein. Hopp, wir gehen natürlich jetzt und... Wow, eine ganze Ladung von den Teilen. Yeah, das finde ich immer wiederum sehr, sehr schön. Ich weiß, es ist eigentlich alles noch Ebene, wo meine Mining Turtle arbeiten könnte. Aber warum sollte sie, wenn wir es auch mal machen können? Hopp, hopp, hopp und hopp. Wir holen jetzt erstmal die Büsche. So. Hier auch noch eine Lampe rein. Da noch eine Lampe hin. Die Mining Turtle bauen wir ab. Komm. Und die war voll und ich war auch voll. So eine Schande. Ähm, das überlege nur mal. Ähm, machen wir das. Ja, machen wir mal hier immer mal Löcher zu. Das ist... Ich weiß, es ist jetzt nicht die optimal Variante. Ich will aber eigentlich... Nein. Ja. Ja. Okay, komme ich gleich wieder und bete dafür, dass der Kram liegen bleibt. Oh, komm, hopp. Und hoch mit uns. Ja, ja, komm. Oh, vor der Tür ist mir die Hölle los. Die gehen mir schon wieder auf den Sack, die Viecher. Den Stein nicht. Das, 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 das. Äh. Hopp. Und genau hinter ran. Das und das da hin. Schnauze da draußen. Entschuldigung, wenn ich so aggressiv bin, aber... Die gehen mir auf den Sack essen. Zombies. Zombies, die einfach nur nervig... Äh. Von meiner Tür machen. Und ein Äh. Mag ich nicht von meiner Tür. Ich höre Spider. Ich höre Spider. Ist die hier oben etwa, oder was? Nö. Und das ist bald auch nicht. Keine Ahnung, wo die ist. Ist mir auch ganz egal. Schnauze da draußen. Wir schlafen erstmal ne Runde. Brennt ja, Zombies. Brennt. Für das sollte ich mir noch was einfallen lassen. Für das ständige Runterfallen. Das ist technisch gesehen eher nur Schwachsinn. Kupfer. Ja, Kupferbohr, ne? Zwei verschiedene Kupferbohr, nicht? Dasselbe Kupfer eingeschmolzen. Okay. Naja. Egal. Äh. Eisen hab ich noch irgendwo. Eisenerze. Nicht festhängen. Nein. Nein. Und nein, nur das, was da oben ist. Aber das ist jetzt nicht... Ach, da hab ich sogar noch Eisen direkt. Schmeiß ich da nochmal das Eisen rein. Und da schmeißen wir den 64er Steck. Stein rein. Genau. Äh. 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 tut tut tut... Üh. Ach, jetzt muß ich hier noch kurz vor der Tür aufräumen. Nö? Die müssen... Ah, was haben wir denn da? Äh. Fuck, 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 was bist du für eine hässliche Krampe? Ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Alter, was ist denn hier unten unter meiner Hütte? Das ist ja riesig. Aber es ist größer als geplant. Ein komplexes Höhlensystem hier. Ach, halleluja. Jetzt haben die Miststücke mich aber gerade richtig erschreckt. Ich bin hier gerade richtig zusammengezuckt. Kleine Mahn. Und unter meiner Hütte ist auch immer ein Höhlensystem. Das wusste ich nicht. Weiß ich es. Ruhe auf dem billigen Karton. Sehen wir eine Lederjacke an. Lederjacke ist immer gut. Was? Eine Hexenhand. Toll. Eine Hexenhand. Das ist bestimmt was ganz, ganz Tolles. Kann man immer gut gebrauchen. Ist die Hand zum Hexen da oder was? Eigentlich ist ja fast zu viel drin. Ich werde also meinen Törtel hier mit reinpacken und so behalten und nicht arbeiten lassen, weil meine Vorräte oben dann ganz gut sind. So, eigentlich müsste man mal mit dem Bau da oben weitermachen, beziehungsweise mit dem Bau hier unten. Ja, gute Frage. Ach genau, jetzt erst mal fangen wir an mit dem, was ich überhaupt machen wollte. Spitzhacke erst mal basteln. Das ist wichtig. Können wir auch gleich wie eine Schuppe basteln, eine zweite. Machen wir noch eine zweite Spitzhacke gleich mit. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2. Hopp. Noch eine Spitzhacke, ich muss sagen, die neue Maus ist echt gewöhnungsbedürftig. Sie ist nicht schlecht, da hast du definitiv auf keinen Fall. Aber sie ist etwas empfindlicher als das, was ich bis jetzt gewöhnte. Nee, sie ist aber deutlich empfindlicher. So, dann... Ne, das hier wollten wir bauen. Genau, Glas brauchen wir, okay, das kriegen wir hin. Kohlestaub, äh, habe ich mir gemacht. Okay. Glas habe ich doch... Da habe ich ja irgendwo ist Sand bereitgelegt. Wow, total viel Sand. Kann man aus dem wieder Glasblöcke machen. Ach, egal. Hier gehen wir jetzt einfach mal ein bisschen Sand holen. Den haben wir ja um die Ecke. Ich sah ja um die Ecke. Also wir werden wahrscheinlich hier noch den ganzen Bereich ein Stück abgraben. Und wir haben hier unten, äh, so was wie ein... Ja, ein kleines Gebäude mit Festungsmauern und allem drum und dran hochziehen, damit ich meine Ruhe habe. Und da oben dann meine Baustelle jetzt gerade über der Wolke hängt. Und da kommt dann eben unser, ja, ganz großes Bauprojekt hin, was noch ein Stück auf sich warten lässt. Ich überlege momentan doch, ob ich das mit den Solarzellen noch abwarte. Was ich wahrscheinlich auch tun werde, wenn wir so mal im Hinterkopf drüber nachdenken. Ja, Solarzellen werde ich erst noch Projekt etwas hinten anstellen, weil das Bauprojekt oben hat für mich persönlich momentan mehr Vorrang. Und, äh, ja, die Vorräte war dann cool und so, habe ich ja genug. Das ist ja jetzt nicht die... Da will ich ja nicht heulen. So, ich setze aber trotzdem die Myning Turtle nochmal an. Oder? Ach nee. Nee, nee, nee. Ein paar Steinchen haben wir. Überlegen. Was bräuchte ich noch wiederum? Eigentlich nur Steine brennen. Das heißt, ich bräuchte noch ein bisschen Kohle. Die kann mir so ein bisschen... Wer eine Welterkundung, genau. Eine kleine Welt... What the hell? Komm aus deiner dunklen Ecke da. Du kleiner Mistkeks. So ein mieser kleiner Xer. Das hat doch mal ein richtiger Xer hier. Gott der Sölden. Allein deswegen... Soll ich mal den Xer schlagen. Gott der Sölden. So was hasse ich ja abgrundtief. Tö, 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 tö. Dann holen wir uns mal den Baum hier. Holz können wir immer ein bisschen gebrauchen. und gehen wieder auf große erkundungstour ich weiß darüber ist eine witch teil der monster will ich eigentlich nicht unbedingt hingehen weil witch ist echt perfekt ach so das ist nur so ein gnomier weil die witches eigentlich sehr stark sind aber ich habe momentan bedürfen selbstmord zu begehen interessante bäume nichts aber hier ist überhaupt nichts außer ein tiefes loch ach da ist er doch bei bei hm grabe ich mir jetzt runter ich grabe ihn mal runter wieso ich jetzt das dem abbauer keine ahnung aber oh fuck das war jetzt natürlich eine ganze menge material was da jetzt gerade verloren ist so eine scheiße entschuldigung für den ausdruck aber mehr fällt mir dazu gerade jetzt nicht ein als so eine scheiße ich hätte auch noch schön ins wasser lenken können aber ich habe es natürlich nicht und ich wette dass da jetzt einiges an material in ja in eimer geht gegangen ist wie auch immer nur weil ich eine hexe jagen wollte ach du heilige das spiel macht mir nicht leicht panne über panne ach aus So, jetzt erstmal wieder hochkommen hier, irgendwie, hopp, äh, unten war noch was, irgendwo, hab ich noch was gesehen von mir, das nicht, aber ich hab noch keinen Platz. Wir fallen die Zombies schon mal weg, das ist jetzt echt nicht gut. Ja, ich glaube, ich, wenn wir jetzt hier noch hocharbeiten. Bye-bye, Zombie. Oder doch nicht, bye-bye, äh, hier geht's hoch, okay. So, komm, 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 komm. Äh, äh, äh. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, komm. Und es ist Nacht draußen, wenn ich es gerade richtig sehe, das gefällt mir jetzt mal so überhaupt nicht. So, erst mal, wie war das? Jott. Das und remove. So, diese Jacke. Unterhöschen. Komm, komm. Ohne, Höschen, man hat ja keine Schuhe. Ein paar Flaschen hat die Hexe fallen lassen, toll. Voll die Hexe mit den Flaschen. Äh, wie wollte ich mir jetzt, ach, ich brauche mich so hoch, ich weiß, wie ich hochkomme. So, den ja, den ja. Bye-bye, Gnome. Ich wünsche Ihnen noch ein angenehmes da unten, da hinvegetieren. Oh. Wobei, den könnte ich vielleicht sogar austricksen. So, das war Hexe. Der Reiter macht mir erheblich mehr Sorgen als die Hexe. Ja, nee, als die Hexe, als das Skelett. Hm. Und die haufenweise Zombies da unten. Ich hätte dem Vieh einfach mal ein Boot weggraben können. So ungefähr. Über mir noch einen Creeper. Oh, es wird ja echt schön. Ich glaube, ich muss gerade mal warten. Kusch, ihr Creeper. Kusch, kusch. Allgemeine Viecher. Kusch, kusch. Da ist auch noch die Hexe. Jetzt wäre er da. Ich kriege das Gottchen. Lass mich doch in Ruhe. Genau. Bäh. Nicht du Schaf. Bäh. Ja, dann werden wir wohl oder überwarten. Mit den paar gesegneten Minuten esse ich einfach mal was. Hopp. Ich gehe jetzt so rum. So erhole ich mich nämlich auch wieder. Genau. Hä? Hör auf, mich zu bewerfen, du Miststück. Und wir tot. Ach, leck mich doch am Arsch. Ich habe doch gerade gepennt. Eins, zwei, drei, vier. Ich kriege ja gerade die Krise. Mir ist schon wieder zu oft in der Folge gestorben. Das geht überhaupt nicht an. Das heißt, wieder hinrennen, wieder in das Loch rein und dann wieder hocharbeiten und die Hälfte von der Ausrüstung ist und wieder am Arsch. Ich hasse es. Dumme Idee. Sehr dumme Idee. Hallo? Ihr seid Zombies. Ja, zu verbrennen bei Licht. Was geht denn jetzt ab? Jetzt laufen die Zombies bei Licht und auch durch die Pampa oder was? Ich glaube, es hackt. Ich glaube, es hackt bei euch, Zombies. Musste mich ja unbedingt diese Dreckswitch noch entdecken. Mieser Bitch. Die Bitch ist eine Bitch. Stimmt sogar halbwegs. Ich will gucken, wie komme ich da runter, ohne zu versterben. Sorry, Schaf. Das wollte ich jetzt nicht. Das war jetzt echt... Ich weiß, es war jetzt nicht schafsfreundlich. So. Jetzt arbeiten wir uns aber hoch und verpissen uns gar nicht schnell aus dieser Nummer. Ich muss ja kurz erzählen. Diese Landmarkierung gehen wir immer auf den Sack. Ich weiß nicht, aber ich habe da echt... Ich stürme mich einfach nur. Hülsie wieder anziehen. Jacke wieder anziehen. Und weiter geht das Hochbauen. Und wir verpüren. Wie, er kann sogar unter Wasser Pfeile verschießen. Ist das U-Pfeile oder was? Ja, so ist das schon besser. Störb, du hässliches Skelett. Menschens Kinder. Schnauze. Entschuldigung, wenn man jetzt ein bisschen aggressiv wird, aber Schnauze, du gehst mir auf den Sack mit deinem Stöhne. Schlimmer als den Puff. Ja, und ich würde es auch schon sagen, das war es wieder für diese Desaster-Folge hier bei Chaos. Wir haben jetzt noch nicht viel von den anderen gesehen, aber das kann ich euch versprechen, das wird sich bald ändern, denn ich habe mir schon mal die Bauprojekte der anderen angesehen, wie es das angehört. Das wird noch interessant. Bis zum nächsten Mal hier bei Chaos mit mir, dem Oro. Tschüss. De boahne. De boahne. De Kahne. De De